Ja, so 100 Prozent kann es wohl niemand sagen, wie sich die Arbeit entwickeln wird, aber ich werde so den Eindruck nicht los, dass jetzt nach der Globalisierung die Grund sein sollte, dass Löhne nicht weiter steigen dürfen, dass Arbeitsmärkte flexibilisiert werden müssen, dass jetzt die Digitalisierung der neue Bereich ist, der uns allen Angst machen soll vor der Zukunft. Und in der Vergangenheit war es immer so, dass wenn es Fortschritt gab, wenn sich Märkte verändert haben, dass auch immer wieder etwas Neues entstanden ist. Neue Arbeitsplätze, von denen wir vorher nie etwas geahnt haben. Und deswegen möchte ich da nicht so mitmachen bei dieser Angst, die viele bei diesem Thema haben. Also ich habe keine Sorgen vor der Entwicklung und glaube nicht, dass uns die Arbeit ausgehen wird in Zukunft. Vielen Dank! Vielen Dank.